hallo und herzlich willkommen zur dritten folge world of magic ja wenn dir der spaß gefällt kannst natürlich liken und so weiter aber wir liegen mal los wir müssen nämlich zum dragons keep und ich habe kein dons wo es ist gibt es irgendwo eine karte eine große sag machst du die quest hallo was 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 du bist jetzt ein meister zauberer richtig warst du schon beim drachenschloss holen iphone da und guck mal ob du es aufwärmen kannst vielleicht kannst du es ja aus brüten jetzt haben wir ein juwel bekommen um dann den kleinen drachen zu tamen wo können wir dann rumfliegen das wird ja immer cooler hier das ist ja mega aber wir müssen ja ich muss ja erstmal wo ist das denn hast du noch eine quest hallo irgend so ein alter dude war vorher hier sagt er brauchte hilfe ein orb zu finden und ist das nächste portal zum trophy rum was warum gucken wir gerade in unseren trophäen raum ob wir schon viel geschafft haben oder nicht das weiß ich nämlich gar nicht came wolf dann können wir noch den phönix und den baby drachen oh wir haben den phönix verpasst okay was haben wir hier wir können uns wieder zum boston den goblin könig haben wir nicht gesehen okay drache und den anubis okay ja okay also goblin king habe ich jetzt noch nicht getroffen vielleicht treffen wir den noch mal schauen was ist das hier für ein portal wer bist du denn der fire guru opener du bist einer dieser studenten oder nicht ja musst du sein okay das portal hinter mir führt in das reich der toten wo du anubis treffen kann warum ich das erzähle er etwas gewiss was gestohlen was sehr wichtig ist für mich ein primal orb vielleicht kannst du junger tut es holen ich glaube das aber noch eine nummer to match schnell wir müssen doch erstmal ins ins drachen keep ich will gar nicht ins land der toten ich möchte zum drachen da ist auch noch eine quest okay ich glaube jetzt jetzt wo wir meister sind wo wir meister sind da wollen die alle unsere hilfe hallo mein mein lehrer tierner versucht einen phönix wiederzubeleben würdest du ihr ein dieser ember steine bringen und drei federn okay und wohin das wäre nett zu wissen wo die das macht dann könnten wir auch toll was steht denn auf dem schild hier weil hier sind wir noch nicht rausgegangen first for star academy okay hier drüben wie you have drowned bin ich ertrunken ich habe ein schild geguckt desert lands da müssen wir wahrscheinlich hin wahrscheinlich müssen wir jetzt in die desert lands und von da kommen wir dann in die drachen festung aber wo die teana ist ne wegen dem phönix weiß ich auch noch nicht wisst ihr wie wir rauskriegen wo die desert lands sind pass mal auf wir machen einstellungen grafik rtx mal aus und dann machen wir hier einfach zack 96 chance und dann gucken wir mal wo denn wüste ist weil wir wollen ja in die desert lands da das heißt wir müssen hier drüben einfach rüber ja nice knallen wir rtx wieder rein sieht voll schön aus mit rtx hätte ich von anfang anlassen sollen auch wenn es am anfang so dunkel war hier draußen geht das voll klar hier nehmt meine spinnen viel spaß das ist so einfach mit den spinnen da ist noch eine spinne ja ja ist doch gut jetzt hier diese spinnen hier nerven voll weil die eine ganze zeit so anschießen das ist super nervig wo geht es denn hier lang geht es hier in die desert lands oder ist hier einfach nur so hier kannst du looten dann haben wir auf jeden fall eine ersatzwaffe weil die macht auch gut schaden so ich wünschte da da guck mal der so glanz goblin territory ich glaube dass der goblin könig lass mal reingehen ich weiß zwar nicht ob wir dahin müssen oder nicht aber lass mal gucken ob wir den goblin könig finden weil den haben wir noch nicht achtung das ist das territorium der goblins wir zeigen den goblins jetzt wer hier das sagen hat das ist eine kiste hier wird die welt nicht mehr geladen okay ich glaube ich muss warte okay wir sind wieder hier oben ich lasse jetzt mal rtx aus und wir gucken mal ob dann die welt geladen wird von den goblins ansonsten müssen wir halt in die desert lands ziehen guck mal jetzt das goblin territorium auch geladen hier aha okay jetzt sind da hinten ganz viele berge und so das ist schon mal gut da ist ein ein goblon ein goblin guck mal hier goblin viel spaß schenke ich dir die machen das ne so ein goblin riesen wüste ein goblin goblin town ganz war noch nicht ein goblin town aber egal hallo wow was haben die denn dafür für dingens das sind so leguan komodo warane oder so ne irgendwie so ich hau mal mit wenn ihr her kommt habe ich mit dann dann müsst ihr damit leben also das ist ja kein wunschkonzert hier was halten die denn aus sag mal das ist schon eine menge was haben wir hier ein dungeon key troll ok treffen wir noch ein troll fällt mir sehr gut die gegend sehr schön gebaut so wie alles hier eigentlich braucht man gar nicht darüber reden die sachen sind die alle sehr cool gemacht was hatten wir für einen kopf wackele animation das ist ja nice um feuer oder so großer boom okay ich weiß noch nicht so genau diejня ja haha ja ja ADORAs je den aussag mal checkpoint und das werde so blöder magian oder bist doch böse oder hoffentlich rauf doch der ist blöse frage ich doch. Der kriegt keinen Schaden. Ich lasse ihn stehen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein Befreiter. Ach, guck mal. Der brennt schon. Das machst du aber gut. Oh, die Trollfestung. Okay. Und? Ja. Eingang frei in die Trollfestung. Dann wollen wir mal, wa? Trollfestung, wir kommen. Ich glaube, der Goblin-König ist nicht mehr weit, wenn ich ehrlich bin. Hier geht es in so viele Richtungen. Ich nehme mal den Hauptweg. Ich nehme mal den Weg geradeaus einfach. You need a key. Okay, den habe ich noch nicht. Dann müssen wir erstmal suchen gehen. Hier links und rechts ging es. Hier ging es auch noch lang. Vielleicht finden wir... Vielleicht finden wir hier einen Schlüssel. Das sieht nämlich so aus, als müssten wir hier kurz einen Schlüssel holen und dann da wieder rein. Schlüssel! War ein bisschen versteckt, ehrlich gesagt. Fand ich ganz gut, aber nice. Jetzt haben wir den Schlüssel. Wir müssen nämlich hier so eine Ecke runterhüpfen, wo hier so Holzloks sind, damit wir wieder hochkommen. Oh mein Gott. Da muss ich doch nicht rein, oder? Ach du Heilige. Ich habe wirklich die Befürchtung, wir müssen da rein. Wir laufen da so außen rum, als müssten wir uns gleich da durchprügeln, damit wir am Ende zum... Ach du... Ja, genau. Warte, warte, wir machen das gerade. So. So, spinnen rein. Jetzt gehen wir selber rein. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Jetzt mal gut hier. Jetzt geht doch mal weg. Okay. Geht's denn... Ach Gott. Hier geht's direkt runter in die nächste Arena, oder was? Nee, das ist der Eingang von eben. Ich bin verwirrt. Wo muss ich denn hin? Guck mal, da oben ist eine Tür. Okay. Hier drinnen geht's offensichtlich weiter. Kann auch sein, dass es hier nur einen Schatz gibt. Ich weiß es nicht. Aber... Da ist der nächste Key. Okay, und jetzt müssen wir gucken, wie wir wieder hochkommen. An die Tür, die wir eben gesehen haben. Da oben war ja die Tür. Halleluja. Okay, da oben ist die Tür. Wie kommen wir denn da hin? Schlüssel? Oh Gott. Das sieht sehr nach Goblin-König aus. Jupp, da ist der King. Der King im Ring hier. Äh, ja genau. Hier, nimm noch ein paar Spinnen. Nicht so, als hätten wir nicht genug davon. So. Jetzt mal Feierabend hier. Hör jetzt auf. Schluss jetzt. Großer. Geschafft. Aber er hat einen Zauber fallen gelassen. Diesen komischen... Ah, diese komische Erdbubble, die 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 ganze Zeit machen. Nice. Dann tun wir den mal da weg. Dann können wir nämlich hier auch jetzt so... machen. Siehste? Voll gut. Tja, damit hätten wir den Goblin-König doch auch mal kurz abgerissen. War gar nicht geplant, aber haben wir jetzt gemacht. Okay. Ist doch gut. Dann geht's jetzt auf in die Desertlands. Boah, guck mal, wie weit man gucken kann mit 96 Chunks, ne? Also das ist definitiv ein Riesen-Pluspunkt für die Bedrock gegenüber der Java. Ich find das so cool, wenn man so weit gucken kann und so viel sieht. Eternal Winter und Dragon's Keep. Das ist doch gut. Ich glaub, hier ist auch nichts außer der Drache, oder? Oder meinte ich, hier gibt's Monster? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub, hier gibt's einfach nur den Drachen. Und sonst nix. Hast du Bock, mit einem Drachen zusammenzuleben? Ich jetzt weniger, ehrlich gesagt. Oha, ein Schild. Das ist aber gut. Ein Schild kann man auf jeden Fall gebrauchen. Das können wir mal nicht auf Hand packen. Wo ist denn der Drache? Ich hätte gehofft, wir hätten ihn hier oben sch... Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Wow. Nicht im Ernst. Was sind denn für Geister, sag mal? Alter, die haben aber mal richtig reingeknüppelt, die Jungs. Toll, hab ich gedacht so, yo, kannst gemütlich durchmarschieren. Ich will eh niemand mit einem Drachen zusammenleben und so. Und dann... Kommen diese Dinger. Die kriegen gar keinen Schaden dadurch, ne? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Die kriegen gar keinen Schaden dadurch. Alter, ich kann gar nix gegen die machen. Die kriegen gar keinen Schaden. Warum soll ich denn schon hier hin? Muss ich dafür diese Possession nehmen? Da ist er ja schon. Und jetzt? Der macht viel Schaden. Oh. Alter, guck mal, wie krass das heilt. Aber es hat eine Minute Cooldown. Ich will gerade mal ausprobieren, ob wenn die besessen sind, die auch Feuerbälle abkönnen und so. Also, ob die Schaden kriegen. So, einer ist weg. Einer ist weg. Oh, du bist jetzt auch weg, danke. Geschafft. Hey. Hey, hey. Oh, da drüben. Schiebung. Da oben. Wenn wir Anlauf nehmen, dann wir nehmen Anlauf. Komm. Komm, komm, komm. Ich hab keinen Bock, mich die ganze Zeit mit Geistern hier auseinanderzusetzen. Ich bin von Lieferando. Ich bin schneller als du. Dragon's Key. Okay. Oh, oh. Hallo, Drache. Ich hab das Gefühl, das geht nicht gut aus. Also, ich vermute mal, mit Feuer kann ich dem wenig, ne? Ja, ja, das interessiert ihn herzlich wenig. Da ist er. Da ist er. Ich hab, ehrlich gesagt, ein bisschen, ein bisschen Schiss. Äh, ähm, das ist irgendwie scary. Ich gucke mal so, als würde ich vorbeilaufen, ne? Hallo. Hallo. Ist das so gewollt? Herr Drache. Ich kann den rumschubsen, ne? Das heißt, der hat auf jeden Fall eine Hitbox und so, aber hallo. Vielleicht kriege ich einen netten Screenshot hin. Hübbe, 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 hübbe. Weißt du, wenn ich Selfie machen will? Dann fliegt er los. Komm, wir gehen mal weiter. Es geht gar, es gibt gar kein Weiter. Ich glaube, ich muss da runterklettern. Kann das sein, dass ich da runterklettern muss? Der sich deswegen hier hingestellt hat. Oh, wir haben auch keine Brustplatte mehr. Die Beine sind gleich kaputt. Und oha, kein Wunder, dass wir die ganze Zeit hier, die Geister haben unsere ganze Rüstung zerlegt. Drache, was ist denn los hier? Sag mal, das ist doch voll verbuggt. Warte, wir laden neu. Oh, warte mal, warte mal. Funktioniert es jetzt? Guck mal, wie der rumfliegt. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Ich weiß noch nicht genau, wie wir gegen den gewinnen sollen, aber wir versuchen unser Bestes. Ey, was will der? Der will uns doch irgendwo hinlocken. Super weird. Ich gehe nochmal hin. Ich weiß nicht, ich gehe nochmal hin. Ich habe ja auch noch nicht Go to Dragons Keep. Immer noch 0 von 1. Wir sind doch schon im Dragons Keep. Also ich gehe nochmal raus und nochmal rein. Vielleicht wurde das irgendwie nicht getriggert. Wir gehen hier rein. Und dann sind wir im Dragons Keep. Aber es wird nicht angezeigt oder angenommen oder so. Dragon, jetzt sitzt der da unten. Ich gehe nochmal raus, lad nochmal neu und gehe nochmal rein. Wir gucken nochmal. Das wird echt nicht getriggert, ne? Der sitzt jetzt immer noch da unten. Ich kann halt nichts machen. Ich kann den nicht treffen. Die Spinnen wollen den angreifen, aber die werden in die Lava fallen und sterben. Die kommen ja nicht dran. Brauche ich vielleicht erst den Phönix dafür oder so? Er kriegt keinen Schaden, aber er bewegt sich. Warte mal, wir können noch versuchen. Der interessiert ihn auch nicht. Sagt ja, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Okay, mir bleibt nur nur eins zu sagen. Sollen wir den Kreativmodus einmal gehen und Slash Kill Dragon machen? Weil es geht einfach nicht weiter. Und ich weiß auch nicht, ob dann die Quest weitergeht oder nicht. Aber die Anubis Quest haben wir ja auch schon. Ich bin ein bisschen verwirrt. Schreib es mir mal in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Ciao. Mit V. Bis zum nächsten Mal.